Gleich geht's rund. Und zwar Guitar Hero. Wir fragen uns natürlich, welcher Gitarren-Gott spielt gegen welchen anderen Gitarren-Gott? Oder sind es nur Halbgötter? Diese und andere Fragen werden wir heute lösen in der großen Challenge. Und jetzt kommt die große Auflösung. Wer wird der erste Kandidat sein und die Saiten springen lassen? Jawoll! Long live Rock'n'Roll! Konsolenbereich wird heute seinen zweiten Pokal einfahren. Soviel ist mal klar. Dritten, Entschuldigung! Felix, dritten insgesamt. Wie jetzt? Ich dachte, ich gegen mich selbst. Deswegen habe ich mich doch zwei Gitarren schon besorgt. Jetzt muss ich eine abgeben, oder was? Na ja, mal gucken, wer sonst noch kommt. Schauen wir mal rein. Wer mag sein? Der junge Gitarren-Gott erwacht in mir. Außerdem trage ich noch gerne Socken. Ja, diese und andere Entschuldigung werden wir heute noch zu Tausenden zu hören bekommen. Ja. Ja. Ja.